Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur fünften Folge. Einfach mal machen. Heute wieder mit extrem starken Gästen, mit extrem starken Meinungen. Genau das braucht dieser Podcast. Es sind zwei Persönlichkeiten. Ich beginne mit Nena Brockhaus. Die ist eigentlich überall vertreten. Sie ist Kolumnistin, Journalistin, Moderatorin. Vier Bestseller hat sie geschrieben. Aktuell eine in der siebten Woche in den Bestsellerlisten zusammen mit Franka Lefeld. Alte, weise Männer. Sie waren bei PwC, beim Handelsblatt, bei der Bunden. Also breiter geht es nicht. Also wirklich super und toll, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Herr Brockhaus. Vielen Dank, Herr Linnemann. Hendrik Streeck. Sie kennen ihn alle. Professor Streeck. Wir sind drei Tage, Herr Streeck, auseinander. Vom Geburtstag her so lassen wir es mal stehen, ohne es weiter näher zu erläutern. Sie sind Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Sie haben auch promoviert in Bonn. Sie sind einer der gefragtesten Virologen, auch der streitbarsten in Deutschland gewesen. Haben dann einen Postdoc in Harvard gemacht und dort auch Professor gewesen. Also mehr. Die Hirnschmalz geht wohl kaum. Insgesamt neun Jahre in den USA gearbeitet und jetzt zurück in Deutschland. Ganz interessant bei Ihnen beiden. Ich habe gelesen, Herr Streeck, das weiß wahrscheinlich niemand. Sie können Saxophon und Cello spielen. Warum? Weil Sie auch Musikwissenschaften studiert haben. Wie kam es dazu? Ja, ich wollte eigentlich mal Filmmusikkomponist werden. Und es gibt auch drei Filme beim Bayerischen Rundfunk, wo ich die Musik für geschrieben habe. Das waren so Einstünder. Jetzt nicht die beste Musik, aber das war der Einstieg damals. Und warum sind Sie dann ungeschränkt? Einmal hat es mir in den Aufnahmeprüfungen nicht geklappt. Ich kann kein Klavier spielen. Das ist notwendig dafür. Und das andere war, dass… Klavierspielen ist notwendig, um… Damals war das notwendig, um Komponist zu werden, ja. Also es macht ja auch Sinn, weil vieles über das Klavier einfach funktioniert. Aber damals… hatte ich auch zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite Medizin und auf der anderen Seite Musik. Und habe mich dann später für die Medizin entschieden. War das richtig? Ja. Ich bin glücklich, dass ich Medizin studiert habe. Okay. Frau Brockhaus spielt Tennis, habe ich gelesen. Genau. Schafft man das noch oft so, wenn man so viele Jobs nebeneinander hat? Naja, es ist so ein Alibi-Hobby, weil das Unangenehme ist, ich arbeite eigentlich immer nur und ich habe gar keine Hobbys. Und dann wird man immer gefragt und dann denke ich so, hm, was habe ich denn mal gemacht? Und ich habe in meiner Kindheit und Jugend sehr ausgiebig Tennis gespielt. Und deswegen ist es jetzt so, wenn mich jemand fragt, sage ich immer noch, ich spiele Tennis, damit niemand denkt, ich hätte gar keine Interessen. Aber eigentlich eher so die Sportart, so bis 18, da kam dann der erste Freund, dann wurde Tennis langweilig. Aber ja, ich spiele Tennis und ich mache es auch immer noch ab und zu, deswegen gebe ich es noch an. Aber wahrscheinlich, ich habe es gesagt, Sie sind beide sehr streitbare Menschen, Shitstorm erfahren. Ich meine, bei Professor Streeck, Sie waren das Pendant eigentlich zu Herrn Drosten. Kann man das sagen? Er war so der Gute, Sie der Böse? Nein, das ist zugespitzt formuliert. Ja, das ist vielleicht von einigen Medien, die das gerne machen. Ich denke da so an den Spiegel oder so. Da war ich dann schon der böse Virologe. Aber wir lagen ja in Nuancen auseinander. Wie sind Sie damit klargekommen? Wie haben Sie das verarbeitet? Ich meine, Sie haben da nur gesessen in einem Zimmer wahrscheinlich oder zwei Zimmern und in die Kantine gegangen und dann war gut. Und auf einmal waren Sie derjenige, der in Deutschland gefragt wurde, saßen in Talkshows. Wie haben Sie das geschafft, da standhaft zu bleiben? Also das ist ja Learning by Doing. Da wächst das Fell und die Haut immer weiter, dass man das immer weiter von sich weghält. Also auch diesen Shitstorm oder die Angriffe. Aber ich fand es auch richtig und finde es auch immer noch wichtig, dass man seine Meinung sagt und auch seine Einschätzung gibt. Gerade aus der Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht ideologisch. Und da muss man auch dagegen halten können. Ja, Sie waren ja dann auch schnell in Nordrhein-Westfalen im Expertenrat und da hatte man den Mut, Sie mit aufzunehmen? Im Bund nicht? Oder wie kam das, dass Sie erst im Expertenrat der Bundesregierung so spät aufgenommen wurden? Ja, also ich finde in NRW ist der Expertenrat enorm gut gelaufen. Damals unter Armin Laschet. Unter Armin Laschet, der ist ja sehr divers zusammengewetzt gewesen. Das war nicht eine Konzentration auf Virologen, sondern Wirtschaftsweisen, Ethiker, Psychologen, Philosophen sogar. Sodass man hier auch, wenn man sich heute die Stellungnahmen durchliest, die haben immer noch eigentlich Wahrheitsgehalt. Die sind eigentlich immer noch gültig. Und da war vielleicht dann damals auch so ein bisschen eine Rivalität zwischen Berlin und NRW. Später dann in der neuen Regierung war ich ja dann auch im Expertenrat im Bund. Ja, aber Respekt. Also ich musste das erst lernen, so Shitstormer auszuhalten und auch lernen, damit umzugehen. Aber Sie mussten ja von 0 auf 100. Was haben Sie da gemacht? Sind Sie dann ins Keller gegangen und haben Saxophon gespielt? Nein, ich musste es ja auch erst lernen. Also das war ja jetzt nicht etwas, was man von einem Tag auf den anderen plötzlich mit umgehen kann. Aber das ist dann schon relativ schnell gewachsen und das Umfeld, die Familie, mein Partner, das hilft natürlich enorm, das dann auch auf Abstand zu halten. Ja, Frau Bockhaus, bei Ihnen ist es ja ähnlich. Sie sind ja auch immer vertreten durch Kecke-Thesen, auch bei Twitter und in den Social-Media-Kanälen aktiv. Wie gehen Sie damit um? Freuen Sie sich sogar auf solche Shitstormer und sagen, jawohl, jetzt geht es wieder zur Sache? Oder musste man das lernen? Oder wie gehen Sie damit um? Also Shitstorms berühren mich überhaupt nicht, wenn ich mich im Recht fühle. Also dann ist es mir wirklich völlig egal. Ich schaue es da nichtmals nach. Aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal so eine Erfahrung gemacht haben, aber ich habe einmal was gemacht, was ich schon während ich das gemacht habe, habe ich gedacht, warum das hier so gut war. Ja, und für diese Meinung, ich habe damals gesagt, das ist jetzt ein anderes Beispiel als Corona, da war die US-Personality Chrissy Tagen, die hatte eine Fehlgeburt und hat dann diese Bilder von dem toten Kind sehr stark auf Instagram gezeigt. Und ich habe dann Videokommentar eingesprochen, also habe dann gesagt, ich würde das gerne tun und das ist ja das Schöne, auch bei Bild, die zeigen ja auch unterschiedliche Meinungen. Wir haben dann Pro und Contra gemacht, weil ich wollte sagen, ich finde das völlig absurd, das zu tun. Und dann habe ich den Shitstorm meines Lebens bekommen und wurde von so ganz vielen Gruppen getaggt und so. Und schon bei dem Shitstorm habe ich so gedacht, ob das richtig war, als Frau, die es selber noch nie erlebt hat, diesen Kommentar zu sprechen. Heute bin ich selber Mutter und heute sage ich, mein Gott, war dieser Shitstorm richtig, dass ich den bekommen habe. Und deswegen würde ich jetzt heute sagen, Shitstorms, wo ich sage, ich liege völlig im Recht, die genieße ich fast schon, dass ich Menschen in Wallung gebracht habe gegen mich. Aber dieser Kommentar von mir damals, der tut mir auch heute unsagbar leid und da war der Shitstorm richtig und ich glaube, ohne den Shitstorm hätte ich gar nicht angefangen, so stark mich zu reflektieren. Deswegen finde ich, Shitstorms können auch was Positives haben. Ich weiß nicht, ob Sie auch irgendein Beispiel haben, wo man vielleicht doch selber auch mal übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber geht das jetzt immer so weiter? Wir hatten noch mal ganz kurz zu diesem Thema, weil es mich interessiert. Man hat ja das Gefühl, seit der Flüchtlingskrise Corona, jetzt Ukraine mit den Shitstorms, das nimmt immer mehr zu, die Debattenkultur. Wir haben das ja auch immer bei uns hier im Podcast als Thema. Gibt es da irgendeinem, Sie sind ja Mediziner, Mittel gegen? Ich glaube, das wichtigste Mittel, was wir haben und auch brauchen, ist, dass wir viel mehr in Diskussionen kommen und dass wir auch öffentlich solche Diskussionen führen und auch mal wieder zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, we agree to disagree. Also, dass wir unterschiedliche Meinungen haben dürfen und auch die respektieren können. Man muss aber auch ein bisschen abstrahieren davon, Twitter oder Facebook oder die sozialen Medien, das ist ein kleiner Prozentsatz der Gesellschaft. Das wird dann sehr schnell hochgebauscht in die Medien. Ich glaube, das darf man dann auch nicht ganz so ernst nehmen, was da passiert. Ja, das hat mich gewundert. Friedrich Merz war auf der Pflegestation. Weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wahrscheinlich. Und bei Twitter gab es dann Shitstorm und so weiter. Ich habe mich gefragt, ich finde das super, wenn Abgeordnete sich die Realität und die Praxis mal ansehen. Dann hat sogar die normale Presse das übernommen und hat gesagt, die Menschen regen sich auch. Und da habe ich gedacht, hä? Das ist doch nur so eine kleine Blase. Ich muss da widersprechen. Ich finde nichts lächerlicher als die Eintagespraktika der Politiker. Ich finde das absurd. Vor allem, dann sollte man es mal machen und es nicht Social Media mäßig begleiten lassen. Aber es gibt immer die Abgeordneten, die posieren dann bei einem Handwerker. Und dann kommt immer dieses, ich habe heute gelernt, wie es ist als Handwerker. Als wäre der Handwerker irgendwie sowas ganz Krasses, ganz Komisches. Ich habe da immer ein Störgefühl bei. Dann finde ich auch mal richtig machen, dann vielleicht mal eine Woche. Weil jetzt mal ernsthaft gesprochen, was für einen Einblick erlebt man denn innerhalb eines Tages? Und mir kommt es schon vor, als würden Abgeordnete da gerne, eigentlich machen sie es für die Presse und für Wählerstimmen. Und ich finde, wenn man wirklich Interesse hat, muss man es ja nicht immer so ausschlachten. Ich meine, bei einem Parteivorsitzenden sich den ganzen Tag Zeit zu nehmen, ist schon mal was. Also was mich mehr aufregt ist, wenn dann Abgeordnete einen schönen Espresso abfotografieren irgendwo in Verona. Und ich gehe gleich ins Konzert oder so, wo die schönen Bilder mehr im Vordergrund stehen als die Sache selbst. Also ich habe da das Gefühl, dass da mehr so eine, oder bin ich jetzt hier allein auf weiter Flur? Ich finde das eigentlich auch richtig, dass Abgeordnete und Politiker das machen. Weil sie können ja nicht in jeden Job, also für Wochen reingehen, um da reinzuschnuppern. Aber das einen Tag lang zu machen und gerade so auf eine Intensivstation zu gehen und da mal mitzuarbeiten, das ist schon hart. Dann sowohl von den psychischen als auch von den physischen Eindrücken das mitzumachen. Darum fand ich das eigentlich ein gutes Symbol. Aber wäre es dann nicht viel spannender, wenn ein Politiker mit einer hohen Reichweite einfach mal seinen Account abgibt und einen Tag mal einen Pfleger auf dem Account berichten lässt? Also diese Bilder auf Social Media, ich bleibe dabei, die wecken in mir ein absolutes Störgefühl. Jetzt nicht speziell bei Intensivstationen, aber bei den Handwerkern zum Beispiel. Da denke ich mir immer, was soll das denn? Dann ziehen die da ihren Blaumann an die Politiker und dann machen sie wieder schöne Werbefotos. Ja, und da denke ich mir immer so, was bringt den Menschen das denn auf lange Sicht? Also weiß ich nicht. Aber Karl Lauterbach hat ja auch Impfarzt gemacht und hat keinen Shitstorm dafür bekommen. Also das ist dann so die Frage, der eine Politiker darf es, der andere darf es nicht. Also da wird schon mit doppeltem Standard gemessen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wir waren heute verabredet, 17.30 Uhr. Ich versuche ja immer diesen Podcast jetzt nicht tagesaktuell zu machen, sondern dass es auch Spaß macht in zwei, drei Wochen sich den nochmal anzuhören. Aber jetzt sind die Kleber in Berlin und ich hatte echt Sorge, ob ihr das überhaupt pünktlich schafft. Seid ihr pünktlich gekommen? Ja. Es war auch so. Das ist richtig, aber wir sind ein bisschen verspätet angefangen. Das stimmt. Der Professor Streeck ist auf die Sekunde gekommen, aber es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Jetzt die Rückfahrt nach Göttingen wird ein bisschen heikel, weil auf einem Grund der Stopp in Berlin es nicht gibt. Aber das ist vielleicht ein deutsches Bahnproblem. Ja. Jetzt sagen die Leute natürlich diese Klimakleber, was ist das? Jetzt kommen die Klimakleber und sagen, das ist ziviler Ungehorsam. Das müsst ihr akzeptieren. Wir haben hier einen tollen Zweck. Der heiligt die Mittel. Das steht dann so im Raum und abends sieht man dann in der Tagesschau, wie die da liegen und sitzen und denkt, wo ist der Rechtsstaat? Weil eigentlich gibt es ja verschiedene Straftaten, die da begangen werden. Zumindest sind das die Rückkopplungen, die ich bekomme. Wie seht ihr das? Wie sehen Sie das, Frau Brockhaus? Ich bin da ganz klar für Haftstrafen. Es hat jetzt auch eine Richterin entschieden und hat gesagt, also wenn hier ein Ladendieb sitzen würde und der würde sagen, ich spaziere raus und begebe wieder einen Diebstahl, dann würde der auch in Haft geschickt werden. Und ich finde, dass da sehr, sehr starke Haftstrafen hinterstehen müssen bei mehrfachem Vergehen. Ich denke aber auch, dass wir als Gesellschaft schuld sind an diesem Phänomen der Klimakleber, weil ich hatte mehrfach in meiner Sendung Klimaaktivisten, Klimakleber in der Sendung. Und jetzt auch letztens bei Stern TV eine sehr bekannte getroffen, Amy van Balen. Das Mädchen hat mich schon auch in gewisser Form in der Maske beeindruckt. A, weil sie rhetorisch unfassbar stark war. Und B, man hat einfach gemerkt, die haben wirklich Angst. Also die kleben sich da nicht hin, auf jeden Fall die, die ich getroffen habe, weil sie denken, das wäre jetzt irgendwelcher Fun. Sondern die glauben wirklich, morgen geht die Welt unter. Und deswegen finde ich Haftstrafen dafür, das darf es nicht geben. Aber auf der anderen Seite auch, die Gesellschaft muss nachdenken, wieso haben die jungen Menschen so eine Angst? Das ist ein gesellschaftliches Problem für mich. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Das hängt ja auch damit zu dran, wie sich diese Gruppen informieren. Man beruft sich ja dann immer auf die Wissenschaft. Aber nochmal zurück, Herr Professor Streeck. Was denken Sie, wenn Sie daherkommen und sehen die und müssen dann umfahren? Wie denken Sie als normaler Bürger darüber, dass der Staat das Gefühl zumindest erstmal so laufen lässt? Ein paar Stunden. Also auf der einen Seite denke ich, dass die Debatte um den Klimawandel schon etwas Wichtiges ist, was wir als Gesellschaft führen müssen. Und auch, man kann da von der Wissenschaft auch von vielen verschiedenen Seiten rangehen. Aber ich glaube, die Studien zeigen erstmal schon, dass wir in einem Klimawandel drin sind. Und es geht hier dabei darum, dass wir unsere Heimat, also wirklich die Erde schützen. Auf der anderen Seite, ich habe null Verständnis dafür, wenn dafür mit einem giftigen Kleber sich auf die Straßen geklebt wird und man eigentlich mehr kaputt macht, dadurch, dass man so einen zivilen Ungehorsam ausübt oder Farbe an Gebäude sprüht oder sowas. Das ist ja alles auch Chemie und toxisch. Also es nicht zu schaffen, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen mit legalen Mitteln, dafür habe ich einfach kein Verständnis. Und auf der anderen Seite würde ich mir aber wünschen, dass wir als Gesellschaft, als Bürger wirklich auch diese Debatte über den Klimawandel führen und da auch alle mit ins Boot holen, nämlich alle Menschen in der Welt. Aber wie kommt das, Frau Brockhaus, das so Moralvorstellungen? Es sind ja auch so Vorstellungen, die man hat und sagt, ja, der Rechtsstaat interessiert mich nicht. Ich meine, da geht es um Widerstand gegen die Polizei, da geht es um Eingriff in den Straßenverkehr, es geht um Nötigung. Also es sind schon drei, vier Straftaten, die da zustande kommen können. Aber trotzdem sagen diejenigen, nee, das interessiert mich nicht. Wir haben hier Moralvorstellungen, ziviler Ungehorsam, das steht oberhalb des Gesetzes. Also erstmal stimme ich Herrn Strick sehr zu, um mich jetzt nicht selber zu wiederholen. Wir sind da sehr nah beieinander bei der Meinung, ich glaube wirklich nicht, nur die Klimakleber, die ich in meiner Sendung hatte, und ich finde es immer furchtbar spannend, wenn Debatte aufkommt. Deswegen, ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit Klimaaktivisten. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass die Klimaaktivisten sagen, der Rechtsstaat ist mir egal, der Rechtsstaat ist falsch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es trotz ist, ich habe das Gefühl, es ist tiefste Angst und tiefste Panik. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die glauben, diese jungen Menschen, wenn sie sich jetzt nicht ankleben mit dieser giftigen Substanz, dann wird sich nichts ändern und dann wird die Welt untergehen. Also das hat nichts, also ob eine Amy van Baren oder andere, die sitzen da nicht und sagen, der Rechtsstaat ist das Allerletzte, ich hasse den Rechtsstaat, sondern die sind wirklich von dieser Angst getrieben. Und für mich hat ja die letzte Generation etwas Sektenartiges. Das muss ich schon sagen. Und auch Fridays for Future, weil die immer wieder ihre eigenen Wahrheiten wiederholen. Ich denke, wir müssen generell bei dem Klimawandel, würde ich mir viel intelligentere Debatten wünschen. Weil ich denke, dass man was dagegen tun muss, da sind wir alle einer Meinung. Wollen übrigens auch alle Parteien außerhalb der AfD, also alle Parteien, das ist ja auch immer ganz spannend, erkennen ja auch zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen an. Nur die AfD nicht, das heißt, auch immer wenn dann pro Grün und so gesprochen wird, also dem Klima ist es völlig egal, bei welcher Partei das Kreuz hingesetzt wird, weil alle sich eigentlich übererfüllen wollen. Die Frage ist ja nur, wie schaffen wir das? Durch Anpassungen, also durch Technologien. Und da finde ich, wenn wir diese geballte Energie der jungen Leute, ich finde ja eigentlich gut, wenn man für was kämpft, aber trotzdem, das geht natürlich nicht. Aber wenn man diese geballte Energie der jungen Menschen bündeln könnte, dahingehend, dass Lösungen gefunden werden, dann haben wir, glaube ich, unfassbar viel freies Potenzial, weil die wollen ja wirklich was tun. Sie suchen nur den falschen Weg. Aber dann müssten sich ja die Wissenschaftler, beziehungsweise diejenigen, die sich dort hinkleben, wenn sie sagen, nächstes Jahr geht die Welt unter, oder übernächstes Jahr nur auf bestimmte wissenschaftliche Studien beziehen. Wie kommt das, dass sie dann nur sich eine Richtung oder bestimmte Studien ansehen? Das muss ja irgendwo herrühren, dass wir überhaupt nicht mehr bereit sind. Nein, ich denke, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Punkte. Auf der einen Seite sehen wir ja schon deutlich den Temperaturanstieg und auch Schmelzen der Gletscher und Polarkappen, wo man zumindest annehmen kann, dass das durch den menschgemachten Klimawandel verursacht ist. Ich weiß, da gibt es Studien, um es einfach nur zu erwähnen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Aber hier denkt man ja wirklich, nächstes Jahr geht die Welt unter. Ja, also das hängt eben davon an. Das denken die auch wirklich. Also ich saß lange nach einer Sendung mit einem zusammen. Wir haben Wein getrunken. Ich fand das super spannend, die ganze Diskussion. Und wir haben uns wirklich gegenseitig, würde ich sagen, Zeit füreinander genommen, weil ich bin für denjenigen ja genauso ein komischer Mensch wie er für mich von den Einstellungen her. Die denken wirklich, die Welt geht unter. Also die sind sich da wirklich hundertprozentig sicher. Deswegen, ich finde die Frage auch super spannend. Welche Wissenschaft sagt das denn? Also es jetzt sofort untergeht. Also da ist mir keine Studie bekannt, die sagt, dass dadurch wirklich die Welt untergeht. Aber die Katastrophen, die man haben könnte bei 1,5 Grad, 2 Grad Temperaturanstieg, das kann man ja schon in gewisser Weise modellieren. Natürlich hatten wir über die Jahrtausende und hatten wir natürlich auch Phasen, wo wir heißere Temperaturen hatten. Und da hatten wir natürlich wahrscheinlich auch Artensterben und große Katastrophen, die nicht aufgezeichnet wurden. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin, dass wir hier den Temperaturanstieg vermeiden? Und ich stelle zur Debatte, dass man es nicht hinkriegt, indem man in Deutschland ein Tempolimit durchsetzt oder ähnliches, sondern wir müssen da ganz anderen Punkten anpacken. Die größten CO2-Ausstöße, also ist eben China, ist Indien, USA. Wir brauchen hier viel mehr ein weltweites Agieren, als dass wir versuchen in Deutschland. Deutschland hat zwei Prozent Anteil, das muss man auch immer nochmal dazu sagen. Das ist für mich auch als CDU-Politik interessant, wenn ich das sage, nur zwei Prozent, dann sagen sie, ja, ihr müsst ja nicht anfangen. Aber das muss man halt trotzdem sagen, weil das wichtig ist. Nein, ich finde das wirklich wichtig. Also solange wir auch noch Atomkraftwerke überanders haben. Also mir ist halt wirklich, diese Ideologie ist, finde ich, bei dem Klimawandel mehr als die Fakten. Also immer wenn man dann sagt, naja, wir könnten ja auch mal schauen in andere Länder, dann kommt, willst du, dass die Eisbären sterben? Nein, das will ich nicht. Aber wir müssen natürlich schon schauen, wie wir das schaffen, auch dabei Industrienation zu bleiben. Und es interessiert die Welt absolut überhaupt nicht, wenn Deutschland am Boden liegt und wir dann aber irgendwie als einziges Land da alles Mögliche gemacht haben. Vor allem, ich will da jetzt nicht ins Detail... Vor allem, es macht ja gar keiner nach. Ich will da jetzt auch nicht ins Detail reingehen, aber auch nicht, Elektroautomobile sind super toll. Also es ist nicht so, als wären immer diese einfach wirkenden Lösungen. Perfekt, ja. Aber wie kommt das denn? Ich meine, ich habe jetzt mit einem Gas- und Wasserinstallateur gesprochen, mit Elektromeistern, die sagen mir, Herr Lindemann, sag mal, wo lebt ihr denn eigentlich? Wenn jetzt die Wärmepunkten kommen, die Elektroautos, wo Sie das gerade ansprechen, die Netze schaffen das gar nicht vor Ort. Also, sag mal, was macht ihr da? Also wie kommt das überhaupt? Ich meine, ich versuche, die CDU mit so zu unterstützen, dass wir wirklich im Realismus sind und nicht diese Ideologie vorantreiben. Aber wie kommt das? Die CDU ist jetzt auch nicht immer im Realismus, oder? Also, das muss ich jetzt schon mal als Journalistin sagen. Es hört sich jetzt so lobend an. Die CDU macht unser Land gut Realismus. Deswegen habe ich sie ja auch eingeladen. Deswegen machen wir das Grundsatzprogramm, damit wir... Da ist aber jetzt natürlich meine Frage, hat nicht auch die CDU Angst? Auch was den Klimawandel betrifft, vielleicht bei korrekten, aber inkorrekten politischen Meinungen. Ich meine, es gibt doch auch die Klima-Union bei Ihnen. Also die Union hat doch auch Thesen, wo man sagen könnte, es ist mehr Moral als Fakten, oder? Wir sind sehr breit aufgestellt und ich persönlich fände es gut, wenn sich alle in der Union engagieren. Also das war eine Werte-Union, eine Klima-Union, morgen haben wir eine Sport-Union, sondern alle sollten sich eigentlich bei uns engagieren. Aber ich fände schon es wichtig, dass wir im Realismus bleiben. Ich bin persönlich ein Riesenfan des Emissionshandels, der weltweit vorangeht, dass wir weltweit denken, mir geht das so gegen den Strich, dass wir absolut nur national denken. Und das, was wir machen, wird uns doch keiner nachmachen. So, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr über mich reden, sondern die Frage ist für mich dieses Thema Doppelmoral nochmal. Ich habe ein interessantes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gebracht habe, das ist aus der Landwirtschaft damals gesehen. Damals gab es noch so Käfige für Hühner, die wurden dann in Deutschland abgeschaffen aus Tierschutzgründen. Die stehen jetzt irgendwo in Osteuropa. Die Frühstückseier, die wir essen, die kommen jetzt hier aus Deutschland, von freilaufenden Hühnern. Die anderen kommen aus Osteuropa. Also alles das, was veredelt wird in Nudeln und so weiter. Aber uns geht es jetzt gut, weil es von außen kommt. Oder das Thema Kernkraft. Ja, wir schalten das ab. Aber wenn es von außen kommt, ist es nicht so schlimm. Wahrscheinlich haben Sie, ich weiß nicht, wie ist das in Ihrem Bereich? Wie ist es im Tierschutzbereich oder Tierversuche? Ja, wir machen, also Virologen machen schon recht viele Tierversuche, aber ich mache keine Tierversuche. Aber das einfach hängt davon ab, wie man das gelernt hat. Ja, aber da lese ich auch, dass man versucht, die weiter runterzufahren. Das Problem ist wirklich, dass man europaweit versucht, Tierversuche komplett zu unterbinden. Und da gibt es auch Gesetze, die im Moment auf den Weg gebracht wurden. Wenn das durchkommt, wird sich Europa ganz weit zurückwerfen im Forschungsbereich. Weil andere Länder werden diese Tierversuche durchführen. Ähnlich ist es bei klinischen Studien. Deutschland macht so wenig klinische Studien nur noch, weil wir so eine Überregulation haben und wir kriegen die ganzen Daten und Ergebnisse aus dem Ausland. Und ich für meinen Teil würde viel lieber sehen, dass in Deutschland da auch die klinischen Studien entstehen und auch die Produkte aus Deutschland getestet werden und wir uns nicht auf England, Israel, USA verlassen müssen. Absolut, aber wie kommt das auch in einer Landwirtschaft, also wo wir vergleichsweise bessere Standards haben als woanders? Aber ist das ein weltweites Phänomen mit dieser Doppelmoral vom Rockhaus oder ist das wirklich ein deutsches? Das ist Angst, aber es machen ja Unternehmer, es machen Politiker. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel, das betrifft jetzt den Verbrenner, ja. Aber ich habe ja das Gefühl, die Automobilindustrie, die legt sich schon auf den Boden, dreimal dreht sich um sich selbst und macht die ganze Zeit ab, bitte. Ja, es tut uns so leid, dass wir so böse sind. Die sollten mal lieber für ihre Werte auch kämpfen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, die Automobilindustrie, wir brauchen die Automobilindustrie in Deutschland. Und ich finde, auch bei Politikern, habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele Angst getrieben sind. Zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel aus der Corona-Pandemie, dann hoffe ich, dass Herr Streeck mir widerspricht, wir sind uns heute eh schon viel zu einige am Tisch bislang. Aber in der Corona-Pandemie hatte ich ja auch Hintergrundgespräche ab und an mal mit Politikern, die nicht für alle Maßnahmen waren. Aber öffentlich wurde das dann auch nicht gesagt. Und ich glaube, wir haben in Deutschland ein Angstproblem. Ich empfinde Herrn Streeck als sehr angstfrei, aber ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Menschen, ob in Unternehmen oder vielleicht auch in der Wissenschaft, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall auch in Parteien, die lieber sich politisch korrekt äußern oder dann was unterstützen, damit sie nach außen gut aussehen. Und ich glaube, das ist das Problem an Deutschland aktuell. Ich glaube nicht, dass es Angst ist, sondern ich glaube, zum Teil in der Politik haben wir das Problem, dass man sich zu sehr nach der Stimmung im Land richtet. Aber das machen auch Unternehmen. Ja, aber wenn man eine Umfrage macht, ob man gegen Nuklearenergie ist, heißt es, ja, ich bin dagegen. Ist man gegen Kohle? Ja, man ist dagegen. Ist man gegen Gas? Man ist dagegen. Man ist eigentlich ja nur dagegen. Und diese Stimmung wird aufgefangen und danach wird entschieden. Und es ist manchmal besser, auch eine Meinung zu äußern und auch zu dieser Meinung zu stehen, die vielleicht jetzt in diesem Moment nicht populär ist, aber dann in Zukunft populärer sein könnte. Aber davon gibt es zu wenig. Also das fällt mir wirklich immer, immer stärker auf. Also wie gesagt, noch mal ein Appell an die Automobilindustrie und an all die Zufallieferer in unserem Land, nicht immer die Unterwerfung machen. Also das kommt mir auch ganz, auch Verbandschefs oder so, da hat man manchmal das Gefühl, die wollen jetzt so gerne Herrn Habeck gefallen, dass man schon denkt, wen sie jetzt eigentlich vertreten, Herr Habeck oder das Unternehmen. Also und da glaube ich, muss man wieder hin, dass eher vielleicht auch Verbandschefs bekämpfen, die Politik. Und nicht alles ist so nett geworden. Es ist alles so nah beieinander geworden. Und ich glaube, dass das das Problem ist. Und dadurch haben wir auch in Deutschland ein Glaubwürdigkeitsproblem bei der Bevölkerung in vielerlei Hinsicht. Und ich finde, dass wir mehr Mut brauchen und auch mehr Haltung. Deutschland hat ein riesiges Problem, was Haltung betrifft. Ja, Sie waren neun Jahre in Amerika, war das da anders? Und auch sonst sind Sie sehr international viel unterwegs. Ist das ein deutsches Phänomen, dass man sich, übrigens, man könnte es ja auch weiterspinnen, dass man auch keine, nicht nur eine Haltung nicht hat, sondern auch keine Verantwortung für etwas übernimmt. Das ist immer ganz interessant, wenn etwas schiefläuft in der Politik, dann hat nie ein Politiker übernimmt die Verantwortung. Immer waren andere schuld. Und am besten hinter Gesetze verstecken, dann kann ich ja nichts falsch machen. Ist das eine deutsche Mentalität oder haben Sie das in Amerika ähnlich beobachtet? Ja, das gibt es natürlich in den USA zum Teil auch. Auch, dass sich sehr nach bestimmten Strömungen gerichtet wird. Aber man muss sagen, vom politischen System hat man dort manchmal die Situation, wo dann auch unpopuläre Dinge durchgesetzt werden, weil, ob jetzt Präsident oder in den anderen Bereichen, Sie wissen, dass Sie nicht wiedergewählt werden können. Und dadurch, dass die Zeit eben als Präsident begrenzt ist, werden eben auch Dinge durchgesetzt, die vielleicht in dem Moment unpopulär sind, aber das Land voran bringen. Das ist ja auch meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich in meiner Partei da eine Mehrheit hat, dass man wirklich Spitzenämter auf zwei Perioden begrenzt. In der Wirtschaft, bei DAX-Konzernen, bei Kapitalgesellschaften ist es ähnlich. Da gibt es Studien, dass zwischen nach acht bis zehn Jahren ist es vorbei. Dann kommt irgendwie eine Bunker-Mentalität. Man schmort in eigenem Saft und will nichts mehr von anderen wissen. Und ich fände es auch für Deutschland wichtig aus den Gründen. Ich weiß aber nicht, ob ich eine Mehrheit habe. Und der zweite Punkt wäre auch mal interessant. Könnten wir nicht über so ein Gesellschaftsjahr, dass wir sagen, junge Menschen, für einen bestimmten Zeitraum, werfen wir in die Mitte der Gesellschaft, ob zur Bundeswehr, im sozialen Bereich, europäisches Ausland, diskutiert, sucht den Diskurs, lernt das Leben kennen, vielleicht auch mal den Dreck, auch mal leid, dass nicht alles so toll ist, Milieus treffen sich wieder. Wäre das nicht ein Punkt, dass wir wieder offen und ehrlich aufeinander zugehen? Da Frau Brockhaus schon in Wallung ist, ziehe ich mal eben Herrn Prof. Strick vor. Also vielleicht darf man mich dazu auch nicht fragen, weil ich habe ja meinen Zivildienst damals gemacht, erst im OP dann auf der Station und ich will diese Zeit nicht missen. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel über das Leben gelernt, auch einfach morgens um sieben auf Station sein oder auch mal Nachtdienst oder sowas zu haben. Also ich fand das eine fantastische Zeit und hat mich auch damals ja bestärkt, Medizin zu machen. Sie würden dafür plädieren, dass man das verpflichtend einführt? Ich würde dafür plädieren, weil das, ich glaube, diese Orientierungsphase, die man nach der Schule hat dadurch, einfach auch das Leben kennenzulernen, ist enorm wichtig. Und das ist kein verlorenes Jahr. Ich sehe das überhaupt nicht, weil wir immer älter werden und immer länger auch arbeiten. Da kann man am Anfang sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Erst mal, also auch wenn das viele, ich weiß, viele sind dagegen, viele mögen das auch nicht. Aber ich glaube, es bringt einem wirklich was fürs Leben, das zu machen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, jetzt kommt die Gegenrede von Lena Brockhaus. Woher wissen Sie das? Weil sie so in Wallung waren. Das wäre natürlich richtig cool, wenn Sie jetzt sagen würden, ja. Nein, aber wir wollen ja Streit. Nein, ich bin nicht für das Gesellschaftsjahr aus zwei Gründen. A, ich finde auch, sowas ist wichtig. Es gibt ja auch schon das freiwillige soziale Jahr und das finde ich richtig. Das stimmt gar nicht. Als Beispiel, eine meiner besten Freunde hat es gemacht. Ich kenne einige übrigens, die es gemacht haben, in meinem Alter jetzt auch. Aber darum geht es nicht, das sind Einzelfälle. Was mir so sehr missfällt, an der Rede auch eben von Ihnen, Herr Lenemann, wir als Politiker wissen, wie es geht. Also der Staat ist schon der schlechteste Unternehmer und jetzt will er noch der beste Pädagoge werden. Warum lassen wir nicht den Menschen mal private Entscheidungen? Und deswegen, es kann jeder in diesem Land das freiwillige soziale Jahr machen. Der Staat kann dafür Werbekampagnen machen, investieren, in Überzeugungsarbeit. Aber der Staat sollte nicht schon wieder in die Rolle reintreten, was vorzuschreiben. Super, aber das wollten wir da nicht. Nein, Entschuldigung. Unterstützung. Nein, nehme ich gerne an, dann kann ich nochmal über mein Argument nachdenken. Wenn wir, also alleine vom Gesundheitswesen, mit diesem demografischen Wandel, den wir haben, mit der ganzen Babyboomer-Generation, die jetzt diesen Pilz des epidemiologischen Wachstums ins Alter bringt, wir kriegen das nicht gestemmt im Moment, wie das Gesundheitswesen aufgebaut ist. Entweder brauchen wir eine massive Pflegezuwanderung von Fachkräften. Roboter sind auch ein Weg, was da noch im Gespräch ist. Aber im Grunde brauchen wir junge Menschen, die hier helfen, der Gesellschaft aushelfen. Und da finde ich, da kann man auf diesem Zivi, der das früher gemacht hat, auch ein Stück weit wieder zurückgreifen. Ich finde, das ist irgendwie eine Beleidigung fast den Pflegekräften gegenüber. Das heißt ja, Pflege kann jeder. Nein, das heißt es nicht. Warum nicht lieber bessere Löhne? Ich habe gerade wieder einen Artikel gelesen, den fand ich großartig. Das wird es aber nicht ändern. Also ich habe, man liest ja schon viel von Pflegekräften in diesem Land. Ich finde, das ist eines der größten Themen, eigentlich auch für die Politik. Warum kann man denn nicht, also Sie glauben nicht, Sie sind da eher der Fachmann, deswegen will ich mich da lieber jetzt zurückhalten. Aber warum nicht höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen? Bessere Arbeitsbedingungen ist nochmal was ganz anderes. Es geht vor allem darum, dass bestimmte Arbeiten auch von nicht voll ausgebildeten Pflegekräften durchgeführt werden können. Also zum Beispiel Spazieren gehen, vorlesen, Betten abwaschen, füttern, Windeln wechseln oder ähnliches bei älteren Menschen. Das sind ja Dinge, die nicht eine notwendigerweise eine voll ausgebildete, hochpatente Fachkraft machen muss, sondern auch von einfacherer Ausbildung her. Aber Herr Strick, da würde ich auch widersprechen. Ich finde es nicht gut, wenn man dieses Argument gerade hochzieht. Das kann vielleicht ein Nebeneffekt sein, der automatisch kommt. Mir geht es echt um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Natürlich ist es auch ein Orientierungsjahr. Natürlich treffen sich Milieus wieder etc. Aber ich sage mal, Frau Brockhaus, die Schulpflicht. Sollten wir nicht die Freiheit des Einzelnen wieder ein bisschen mehr stärken? Ich persönlich finde die viel zu lang. Sollten wir nicht ein Jahr abziehen? Also diese Schulpflicht. Also wieder zurück zu zwölf Jahren. Ja, oder elf. Sie haben ja eben gesagt, die Freiheit des Einzelnen steht ja im Mittelpunkt. Also finden Sie nicht, dass die Schulpflicht viel zu lang ist. Sind Sie noch da, Frau Brockhaus? Ich bin noch da. Sie haben mich aber nicht schachmatt gesetzt. Das eine hat ja jetzt überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Ja, aber sollten wir das nicht kürzen? Aber Herr Lindemann, das ist wie der Vergleich von Äpfel und Bieren. Wir können jetzt gerne die Debatte führen, ob wir die Schulpflicht kürzen sollen. Das ist aber eine ganz andere Debatte. Noch einmal zum Gesellschaftsjahr zurückkehrt. Wie wird es denn in der Realität aussehen? Ich bin jetzt hier mal ganz offen und ehrlich. Ich habe ja einen Sohn, der ist gerade drei Monate alt. Wenn der dann 18 wird, was werde ich tun? Natürlich probieren, dass er es nicht machen muss, das aufgedrückte Gesellschaftsjahr. Und so war es doch auch früher. Ich bin ja der letzte Jahrgang, wo die Jungs noch gemustert wurden. Wie viele aus meiner Klasse mal schätzungsweise hatten Bock drauf oder hatten Lust, ausgemustert zu werden? Und da ist mein Problem dann. Der Großteil wollte das nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, warum nicht für ein freiwilliges soziales Jahr werben? Wir könnten ja einen Kompromiss machen, Frau Bockhaus. Wir könnten ja einen Kompromiss machen. Also bei mir war es so, ich hatte keinen Bock darauf. Aber es hat nicht gemarzt. Dann war ich bei der Bundeswehr, dann gab es das Oderhofwasser. Und dann war ich auf einmal auf der Bude mit Leuten, die ich sonst nie getroffen hätte. Und am Ende habe ich gesagt, war doch cool. Heute, wenn ich Zivildienstleistende treffe, sagen die mir alle, vielleicht habe ich den falschen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich kenne niemanden, der mir sagt, das war eine Zeit, die misse ich nicht. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man es denn gemacht hat, sagt man danach, ey, das hat mir echt was gebracht. Also wir sind jetzt bei Einzelbeispielen, aber ich kenne Leute, die es bereuen, oder die keine Lust hatten. Okay, aber vielleicht einigen bei uns, vielleicht könnte man ja so viele Optionen schaffen. Nicht nur Bundeswehr, Feuerwehr als Ersatzdienst, Zivildienst, sondern wirklich so breit gefächert, Stiftung, Vereine, europäisches Ausland. Vielleicht holt sich die Union dann auch noch ein paar zur gesellschaftlichen Arbeit, dann haben sie umsonst auch noch Arbeitskräfte, das wäre doch hervorragend. Nein, jetzt wird es aber ein bisschen populistisch. Nein, aber verstehen Sie, was ich meine? Wenn man es so attraktiv macht, dass die jungen Leute Bock drauf haben, einfach mal positiv drangehen, Frau Brockhaus. Aber wir gehen, glaube ich, zum nächsten Thema über. Oui, oui, to disagree. Ja, das macht es ja wirklich aus. Es macht ja auch wirklich Spaß hier. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein anderes Thema, nur die Zeit, die drängt. Ich würde es trotzdem noch mal eben einstellen. Wir waren eben bei der Wissenschaft stehen geblieben und da hätte ich gerne Herrn Streeck noch mal gefragt. Da ging es um die Wissenschaft bei der letzten Generation. Ich merke das auch bei Politikern. Bei Corona war es auch so oder jetzt in der Energiefase. Die Wissenschaft gibt es ja eigentlich gar nicht. Und eigentlich müssten ja wir Politiker am Ende des Tages auch die Verantwortung übernehmen. Wie könnte man die Wissenschaft besser aufstellen, dass sie auf der einen Seite auch so forscht, dass das Ergebnis offen ist? Manchmal hat man das Gefühl, dass die Politik, ich sage jetzt mal, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages wird gefragt. Wenn das Ergebnis passt, schiebt man es der FAZ oder der Süddeutschen zu, macht eine große Debatte auf. Wenn es nicht passt, wandert es in den Schubladen. Machen Sie das auch, Herr Lindermann? Nein, ich mache das nicht. Sie machen das nicht. Frau Brockhaus, das würde ich nie machen. Wir waren auch gar nicht gefragt. Ich war jetzt bei einem Strick. Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass Wissenschaft nicht ideologisiert werden darf. Wir sind und auch dann nicht benutzt werden kann für irgendeine Symbolpolitik, was in meinen Augen durch die letzte Generation passiert. Aber wir haben generell in der Wissenschaft ein Problem und vor allem auch in Deutschland. und es beginnt eigentlich dadurch, dass man Doktorand ist und dann als nächster Schritt eigentlich nach dem Postdoc gleich der Professor kommt. Aber wir haben keinen Mittelbau und wir haben keine Forscher, die einfach nur forschen wollen und das ist auch kein Ziel, einfach an einem Punkt zu forschen. Wir gehen, im Grunde haben wir ein Wissenschaftssystem aufgebaut, was risikoavers ist, wo wir im Grunde schon vorher sagen, was dabei wahrscheinlich herauskommt und dadurch keine Risiken eingehen, dass wir auch mal was erforschen, was nicht zu einem Ziel führt. Und wir brauchen aber so eine Art der Forschung, um Disruptionen zu erreichen, um solche neue Innovationen zu kreieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. War das früher denn anders? Wie war das denn bei Einstein oder Robert Koch? Haben die denn ihre Erfindungen? Das Interessante ist ja, dass auch wenn wir immer neuere Neuerungen und neue Technologien oder sowas haben, der Anteil an Disruptionen nimmt in den letzten Jahrzehnten immer weiter ab. Wir kriegen nicht mehr Innovationen. Also wirklich neuen, komplett neuen Ideen. Und man muss im Grunde viel mehr ein Ziel entwerfen und dass man daran als Gemeinschaft forscht, ohne dass da gleich eine Kompetition aufkommt. Dass wir auch für junge Menschen das attraktiv machen, in dem Sinne, dass man gemeinsam an einem Ziel forscht, ohne dass man sagt, na ja, man hat jetzt diese Studie für drei Jahre oder die Förderung für drei Jahre und dann muss man sich neu bewerben. Aber dann, glaube ich, braucht dieses Land auch Mut zu sagen, vielleicht kommt gar nichts raus. Ja, aber und Wissenschaft muss attraktiv werden. Also Wissenschaft muss dahingehend wirklich Spaß machen und dass die Leute sagen, wir möchten gemeinsam hier an etwas forschen und es geht nicht darum, dass ich jetzt im nächsten Schritt damit Professor werde. Das ist ein veraltetes System. Das ist eigentlich vom letzten Jahrhundert, wie wir gedacht haben, ja, der einzelne Professor, der irgendwie was Neues erschafft, ist es eine Gemeinschaft, die das abschafft. Aber wie kriegt man diesen Mut hin? Weil für die Politik ist es ja viel einfacher. Wir machen eine Ausschreibung, so, dann kommt ein Professor und sagt, komm, ich mach das, das ist das Ziel, drei Jahre, das schaffe ich und fertig. Und die Forschung ist erwartbar. Aber eine unerwartbare Forschung kann ja auch zu einem Nichtforschungsergebnis führen. Dazu braucht es natürlich Mut, weil ansonsten wird die Politik dafür verantwortlich gemacht. Ihr habt so viele Milliarden ausgegeben und es kam nichts raus. Wie könnte man das schaffen? Wir brauchen eine andere Wissenschaftspolitik. Wir sind da wirklich sehr, sehr Themenförderungsgetrieben, dass wir sagen, wir schreiben, machen jetzt die und die Ausschreibung für das Thema. Man könnte genauso sagen, wir nehmen alle Forscher zu einem Themenbereich zusammen und hier gibt es Förderung dafür, dass man bestimmte Meilensteine gemeinsam erreicht. Es zählen aber nicht die Publikationen, sondern es zählt das Ziel am Ende. Nämlich das Ziel ist, dass man etwas Bestimmtes weitergebracht hat. Zum Beispiel mit der Fusionsenergie, Kernfusions wird ja sehr diskutiert. Warum muss man verschiedene Teams gegeneinander laufen haben, verschiedene Professoren, verschiedene Arbeitsgruppen? Warum bringt man die nicht zusammen? Wir sind ein relativ kleines Land international. Warum versucht man nicht wirklich alle Forscher zu bündeln, wie man das zum Beispiel beim Large Hadron Collider in CERN gemacht hat, wo man wirklich versucht hat, alle zusammenzubringen, um gemeinsam die großen Teutel zu tun. Das heißt, der Wettbewerb um die Kernfusion würde dann nicht in Deutschland stattfinden, sondern Deutschland würde den Wettbewerb international forcieren, gemeinsam als Deutschland. Als Team. Als Team. Frau Bockhaus, ich habe vor drei Jahren Bruno Merck getroffen. Bruno Merck ist ein deutscher Forscher, arbeitet in Liverpool zu Nuklearforschung und der behauptet, ich kann das ja alles nicht nachprüfen, dass in wenigen Jahren er ein Pilotprojekt hat und sagt, bei der fünften Generation Kernkraft wäre er soweit, die Brennstäbe, die hier sind, wieder zu recyceln, um es mal zuzuschätzen. So, und dann gab es einen Aufschrei. Letztens war ja Lösch dann bei Anne Vell und hat gesagt, der Lösch der Lindemann erzählt Quatsch, etc. Dabei war das ein ganz anderer Wissenschaftler in einem ganz anderen Forschungsbereich und schon wurde man diskriminiert, nur, weil man sich auf einen Forscher bezogen hat. Ich weiß auch nicht, ob das gut ausgeht, aber warum gibt es dieses Klima in Deutschland? Jeder beruft sich auf seinen Wissenschaftler und das ist dann die Antwort für das Problem, was wir haben. Na gut, in der Corona-Pandemie dachte man ja schon, jede sieben Minuten mindestens verliebt sich eine deutsche Frau und Christian Drosten. Also da war es ja fast so, der Professor gehört mir. Ich bin Team Drosten. Und dann kam Hendrik Streeck. Der kam dann. Aber das Klima der Wissenschaft, die Frage würde ich gerne wie einen Ball rüberwerfen, weil ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, warum es so ist. Finde ich es falsch. Erleben Sie das in Ihren Sendungen, dass sie kommen und dann beziehen sich die Personen, die Experten, die dort eingeladen werden, auf andere Experten aus der Wissenschaft und sagen, deshalb ist es so? Oder geht man damit mit Demut um und sagt, da gibt es jemanden, der sieht das so? Also das ist dann natürlich vor allem schwer für das Redaktionsteam. Ich habe ja einen Knopf im Ohr. Es wird ja während der Sendung schon ein Faktencheck gemacht. Und natürlich sitzt dann da jemand und schaut jetzt, also wenn da was ganz, weiß ich nicht, Fatales falsch erzählt werden würde, würde ich aufs Ohr kriegen, dass ich dazwischen sprechen muss. Nur ich habe das schon in der Corona-Pandemie nicht verstanden. Am Ende haben alle Virologen gesagt, ja, man wusste es ja nicht besser. Ja, aber warum durften die denn dann überhaupt was raten? Also meine Frage war die ganze Zeit, aber da ist Herr Strick einfach viel besser, da hören wir lieber ihm zu. Wir wollen ja die junge Generation ansprechen, nicht die letzte Generation. Und das wäre, glaube ich, so ein Punkt, damit die junge Generation Bock auf Zukunft hat. Wir haben ja in der Wissenschaft das große Problem, dass wir ab einem bestimmten, wo es diesen Karriere-Schritt gibt, aus dem Postdoc in das Professortum. Da haben wir, man spricht ja auch von Leaky Pipeline, also da gehen ganz viele raus, haben keine Lust mehr auf die Wissenschaft, keine Lust mehr auf Forschen oder, und vor allem Frauen fallen raus. Während die Studienanfänger meistens gerade im biologischen oder MINT-Fächern Frauen sind, gibt es da einen ganz großen Dropout. Und warum ist das? Weil sie auch noch über Familienplanung und alles Mögliche nachdenken und dann nicht diesen Stress haben wollen vom Postdoc zum Professor. Und daher müssen wir viel mehr schaffen, dass es gar nicht so wichtig ist, Professor zu werden, sondern dass man sagt, man kann auch forschen und eine Karriere haben, indem man eine Viertagewoche in der Wissenschaft hat, indem man halbtags arbeitet oder Ähnliches und dass man trotzdem gemeinsam mit dem Team etwas nach vorne bringt. Dass dieses neue Mentalität auch, dass man die in die Wissenschaft bringt, das glaube ich, ist etwas, was auch junge Generationen dazu bringen würde, da sich mehr zu engagieren. Frau Brockhaus, abschließend, was würden Sie machen, um so eine Mentalität des Machens gerade in der, nicht in der letzten Generation, sondern in der ersten, in der jungen Generation voranzubringen? Ich würde, was ich machen würde, wäre, glaube ich, das hört sich ganz plakativ an, aber ich denke, anstelle des Gesellschaftsjahres brauchen wir vielleicht einfach andere Fächer. Ich denke, dass wir zu wenig Hoffnung in den Schulen haben und zu wenig Hoffnung in den jungen Menschen haben und ich würde gerne irgendwie das Fach The Sky is the Limit für ganz Deutschland, also und natürlich, aber das darf man kaum sagen als Journalistin, ich würde, damit wir wirklich zu einer anderen Gesellschaft kommen, wir brauchen in diesem Land einen neuen Journalismus und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe mit unserer Zeit, dass sich der Journalismus revolutionieren muss, genauso wie die Parteien, weil die Panikmache kommt auch durch die Presse und deswegen, die schöne Antwort ist, das Schulfach etwas kitschig gesagt, The Sky is the Limit und die harte Arbeit, die wir eigentlich haben, ist, wir brauchen eine neue Presselandschaft. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, leider müssen wir wieder zum Schluss kommen. Sie kennen die Kicker-Zeremonie, die wir jetzt auch machen. Habt ihr schon mal gekickert im Leben? Ja. Lange her. Lange her. Ja, ich hatte sogar ganz lange einen Kicker bei uns in der Wohnung stehen von meinem Mann, aber ich habe nie gekickert, das wird also jetzt peinlich. Okay. Dann auf geht's. Das ist kein Tennis-Tick-Kicker, ne? Wir spielen bis zwei oder bis drei. Ja. Produktions-Aufnahmeleiter. Ihr müsst jetzt rübergehen. Okay. So, die Mikros bleiben bei euch. Spielen wir bis zwei oder bis drei? Wir kickern. Bis drei. So, die große Herausforderung ist, zu kickern und gleichzeitig zu denken. Okay. Und deswegen würde ich vorschlagen, einer rollt ein, in der Mitte wird eingerollt. Bitte nicht drehen, normal. schießen und die Frau Brockehaus fängt an und dann sagt mir, Herr Streeck, was würde er als erstes machen, wenn der Bundeskanzler wäre? Frau Brockehaus, nicht einrollen. Ja, wie fängt man den ein? Ja, genau, richtig. Herr Streeck, wenn Sie Bundeskanzler wären, was würden Sie als erstes machen? Lachen. Ich bin ein Mann, ich kann nicht double-tasken. Herr Streeck, wenn Sie Bundeskanzler wären, ich weiß nicht, ob man es akustisch versteht, was würden Sie dann machen? Ähm, Ja. Ja, ich bin sehr schlecht im Double-Tasken, muss ich gerade sagen. Vielleicht mehr Geld dafür die Wissenschaft. Ja. Das ist doch schon mal eine gute Antwort. Also ich würde sagen, wir spielen nicht bis drei, sondern bis zwei. Wir sind aber... Genau, das war Pfosten, das war Pfosten. Frau Brockehaus, also da gibt es mehr Geld für die Wissenschaft und bei Ihnen gibt es mehr Geld wofür? Wenn ich einen Tag Bundeskanzler wäre, ja, dann würde ich sofort erlassen, dass man jetzt einen Ausschuss machen muss über die Corona-Pandemie, um es nachzuarbeiten. Das fände ich aber auch gut. Also sofort der Ausschuss, Corona-Pandemie, wie war ein Politiker, wie war der Journalismus, würde ich sofort an dem einen Tag machen. Gut. Und Herr Streeck dürfte drin sitzen. Ja? Ja, ich würde aber sogar bevorzugen, dass ich gar nicht drin sitze. Also wenn ihr so weitermacht, dann spielen wir bis eins. Ist ja Wahnsinn. Die Zuschauer können das sehen, das ist wirklich hier auf Augenhöhe, das Spiel. Auf Augenhöhe. 1-0. So, wir spielen bis zwei. Herr Streeck darf einrollen, Herr Streeck darf einrollen. Ja. So, die Zuschauer erleben ein Spiel auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ich mache hier mal Augenhöhe. Ja. Dann sagen wir, wir haben andere Qualitäten als das Kickern. Ach, das sieht aber ganz gut aus. Nein. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Sie führen ja auch 1-0, Frau Brockhaus. Oh. Da geht es weiter zur Sache. Wegen einem Eigenkur. Also, ein Corona-Ausschuss zur Aufarbeitung, damit sowas nicht nochmal passiert. Und richtig disziplinübergreifend. Also von den Medien über junge Leute, was da alles... Ja, aber es müssen dann auch Leute zurücktreten. Aber was ist denn, wenn die nicht mehr im Amt sind? Ja, dann muss man sich was anderes überlegen. Was anderes überlegen. Walter, die müssen eine Runde kickern hier. Aber es müsste mal was geben. So. Ja. Gut. Und was würde man noch machen, Herr Streeck? jetzt 2-2-1. Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist aus. Zweimal Eigentor. Frau Brockhaus hat gewonnen. Vielen Dank. So lange habe ich noch nie gewonnen. Liebe Frau Brockhaus, lieber Herr Streeck, vielen Dank. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder in kurzer Zeit. Diesmal dauert es nicht so lange. Ich freue mich drauf. Alles Gute und bis bald.